Mein Name ist Daniela, ich komme aus Magdeburg und bin 18 Jahre alt. Und wer ist dein Fanclub? Dabei habe ich meine Mutti, als größter Unterstürzer, als mein Fan, meine Schwester und meine Cousine. Ich bin stolz immer, immer stolz auf meine Tochter. Man sagt ja, die ist sehr, dass Träume wahr werden. Ich gehe jetzt runter und zeige, dass ich diesen Traum leben will. Hallo Daniela. Hallo. Hi. Wo kommst du her, was machst du? Ich komme aus Magdeburg und bin 18 Jahre alt. Magdeburg, gute Stadt. Was sind deine Pläne so? Meine Pläne, Eventmanagement studieren. Aber Musik ist natürlich das, was ich machen will. Singst du schon lange so? Ich sing schon lange, seit meiner Kindheit. Okay, was singst du? Ja, von Silbermond. Geil. Ich bin verlor'n in der Riedermitte. Mach's mich zum Kämpfer ohne Vizier. Alles gedreht. Alles gedreht, Sinne wie benebelt. Ich bin so heidlos, betrunken von dir. Du wärmst mich auf mit deinem Wesen und lässt nicht einen Zentimeter unverschont. Du flutest alle meine Dezember. Du flutest alle meine Decks mit Hoffnung. Ich bin so heidlos, dass du dich und ich wirf dich und jeder meiner Fasern sagt ja. Okay. Ich war richtig erstaunt. Und erst denkt man so schüchtern. Und dann hast du so eine schöne Tiefe und so eine klare Stimme, finde ich wunderschön. Du hast eine schöne Stimme, beruhigt meine Nerven, schönen Song ausgewählt, passt alles zusammen. Ich bin so ein bisschen das eigene, also die Daniela, ja, die ich höre eben sehr viel vom Original nachgemacht, ja. Aber es ist okay, es ist eine Basis, auf der wir arbeiten können, also ich jedenfalls. Versuch dich selbst zu finden, versuch nicht nachzusingen, sondern wir wollen dich hören. Kannst singen, auch diese leisen Töne, wo du so ein bisschen flüsterst und dann wieder hoch gehst, das ist wirklich schön. Hast du gut gemacht. Dankeschön. Ich fand es super, ich würde dich sehr gerne einladen und dich wiedersehen. Vielmal ja. Hier, Riko. Ja, 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 ja. Danke. Ja, gerne. Danke. Tschüss. Bis nächstes Mal. Oh mein Gott. Das ist gut. Ja, das ist echt brutal. Oh Gott, das wär's noch. Ich holen Schubskandidaten von Jurypult. Oh mein Gott. Ich freue mich, dass ich sie noch mehr hören kann und erleben kann, weil es war dann doch noch zurückhaltend und hoffe, dass wir aus ihr noch ganz viel rauswollen können, dass sie noch mehr überrascht im Recall. Ein Autogramm darfst auch gerne noch ein bisschen jubeln, dann aber husch nach Hause und fleißig für den Recall üben. Ich hoffe, dass ihr aufgeregt. Ja. Vielen Dank.